Ganz großer Aufruhr. Ich hatte schon pinke Shirts vor, weiß ich auch nicht, 15, 16 Jahren. Die ganzen Hardcore-Fußballfans fühlten sich auf einmal ganz unmännlich, als sie die Farbe gesehen haben. NSV hatte auch mal pinke Trikots. Ja, in Juventus und Real Madrid und Palermo. Aber bei Dortmund ganz schlimm. Aber bei Deutschland. Ja, Hand Showdown, Freunde. Extra nur deswegen ein Trikot kaufen. Ich hatte überlegt, ich finde das pinke gar nicht so hässlich. Ist ja auch mal eine auffällige Farbe wieder, oder? Ist doch schön. Die Auswärtstrikots sind eh mehr die besseren. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich im Event bin. Ich bin Level 30. Oh fuck. Ich habe nämlich kein Gift mehr dabei. Ich auch. Ja stimmt. Ich habe ja auch die Bornheim. Ich habe auf die Heif geschossen. Ich habe auf die Heif geschossen. Ach ne, der hat Gift dabei oder wie? Ne. Aber ich habe auch kein Anti-Gift dabei und die Heif hat mich abgefangen. Ich habe noch Reste von der letzten Runde in der Tasche. Kann man sich nichts Neues kaufen? Die habe ich vergessen auszutauschen. Ich habe halt die Spritzen nicht dabei. Nein, war mit Profis. Hast du schon eigentlich Wartales gespielt? Oh ne, ne? Ich habe es. Aber du hast es auch gespielt? Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele, die noch gespielt. Es soll bald ein DLC rauskommen, wo man noch eine Taverne dann hat. Auch eine Hunde? Ja, ich habe es gesagt. Links an dem Turm sind drin. Ah ja. Immolators muss ich töten. Immos. Große finanzielle Unabhängigkeit. Und zum Frühstück kann man P. Auch eine A-Mords irgendwie? Nö. Nö. Ich brauche Fluss. Aber auch sechs Stück. Das ist echt... Was Freytag da gemacht hat, dass sie das alles erhöht haben. Oh, wo warst du es hier? Soll ich noch den Hinweis einsammeln schnell? Hab ich schon. Ah ne, ich habe den gar nicht. Hat er das schon? Ja. Ich gehe nur hier oben rein. Irgendwann eine Axt oder so? Hier oben ist auch eine Kasse drin, Leute. In der... Hier oben ist eine Special... Wenn du eine Axt findest, bring mit. Oder einen Hammer. Also hier oben ist sogar noch eine... Uppercut. Zu boosten. Hier, wie heißt das? EP-Boost. Event. Denkst. Oha. Du bist Single-Boss, beeil dich, ne? Beeil dich selbst. Du bist doch für den Boss zuständig. Ich habe nichts, um den zu machen. Hast du gesagt. Das ist er. Da, wo ich es mal machen kann. Ich habe mich mal ankündigen können an der Stelle. Ey, ich komme hier rein und werde direkt angerotzt. Ey, was ist das denn? Ah fuck das. Aua. Ah, Goro hat mich angezündet. Ah, ich brenne! Ja, ich auch. Du quatsch, Johnny. Du brennst doch nicht. Ich brenne wirklich. Vor Leidenschaft. Nefi ist halt durchs Feuer gelatscht. Ich brenne vor Leidenschaft für G&G. Ah. Das sowieso. Oh, jetzt hat hier irgendeinen Spinner Feuer gelegt. Alter, wenn ich eh drücke, wie viele Monster. Unter uns ist auch irgendein Event-Kram. Ne Kasse, ne Munitionskiste, wer weiß. Ich geh mal gucken. Hab ich doch... Ah, da unten meintest du. Okay, ich dachte, du meintest im Turm. Habt ihr denn mitbekommen, dass im Turm eine... Ja, die... Ich hab von der Kasse im Turm. Genau das dachte ich ja. Okay, ja. Die ist da auch. Ist immer noch frei. Die ist da. Oh, die andere Bounty gut genommen. Die ist sogar nebenan. Der kommt jetzt direkt rüber. Ja, dann machen wir die Spinne doch mal schnell jetzt, wa? Ja. Nee, nee. Mach mal ruhig ruhig. Ich will nicht immer dieses Hetzen an so. Ist immer so stressig. Nee. Machen wir auch nicht mehr. Ich geh aber mal unten rein nochmal, Goro, schnell, ja? Geh doch mal unten rein und hol das Ding einmal. Aber cut. Müssen wir aufpassen, die anderen. Das ist ja sogar eine Free-Kasse, nicht mal eine Event-Kasse. Aber kommen die anderen rüber? Hä? Goro hat ja gelogen. Wie da unten ist doch so ein fettes Ding? Ja, du hast gesagt, hier ist das P-Ding. Aber hier war ... Das hängt doch an der Wand. Nein. Das ist, dass man die Ausdauer und so hat. Das Spritzen-Ding. Ich dachte, das ist das, wo es 2000 ... Nein, das ist das Spritzen-Ding. Ja, genau. Aber sehen die nicht gleich aus denn? Nein, nein, die sehen nicht gleich aus. Sind ja schon Gegner drin, oder? Also es wurde geschossen. Nee, die sind nicht drin. Nordwesten wurde geschossen. Aua, Maff! Ja, ich seh'n. Oh! Oh, die kommen runter. Da sind sie schon. Laufen runter, sind unten drunter. Jeder Schuss einen Treffer. Ich muss hier weg. Hit. Tot. Das war sogar der, den ich angehettet hab, glaub ich. Ja, ja. Den hast du angehettet. Deswegen bin ich hinterher. Südwesten kommen auch, Leute. Aber die waren mindestens ... Mindestens zu zweit, ne? Südwesten sind noch mehr. Ich mach die Tür unten mal zu. Oh, das ist ne Shotgun. Andere Bounty ist tot. Ich trap den langen Gang hier, ne? Ja, unten liegt die Bounty. Ja. Hier ist angefackelt. Bounty wurde aufgesammelt von dem anderen. Der lange Gang ist getrappt, ne? Jo. Also mit Konstantina Gift. Gut gemacht. War einer tot? Einer hat sich geheilt. Was geht da ab? Das ist ne Chaos, oder? Ne, das ist ... Wusst du nicht, dass das jetzt wirklich eine ist? Wax Dynamite. Der wirft nur was. Der wirft nur was. Lange gekocht. Ich bin draußen mit Neko. Oh, Nefiat. 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 Boah, ist es wieder. Boah, ist er auf. Ich hole die Bounty unten. Ich muss mich kurz heilen. Ist halt alles auf hier. Alles ist voll. Alles ist voll. Guck mal, die andere Bounty liegt hier unten. Ich hab sie, ich hab sie. Oh, geil. Ich trapp das Fenster hier. Und dann holen wir beide uns die hier, Goro. Eins, zwei, drei. Drei Gegner sehe ich. Zwei unter uns. Einer sind ... Einer mit was, Grants, pass auf. Jo. Direkt neben dir, Grants. Du bist die drei, glaube ich, ne? Ah, okay, ja. Grants ist die drei, ja. Draußen dann aber. Ja, draußen sind zwei. Und links von dir, 210, war noch einer. Da war einer grad. Ah, ne, warte, falsch. Warte, seit hier. Zwei links, einer rechts. Wir müssen uns das dann schnell holen hier, Goro, damit wir nicht ... Damit wir dir nix ... Ich hab grad irgendwie einen Hitmarker gekriegt. Aber es ist keine Ahnung. Ja, du hast das Dynamit unten hängen gemacht. GNG. Einer hinter dem Zug. Läuft's doof, Metall? Ich will auch das draußen, ja. Ich hab gepiekt draußen. Einer tot. Es sind trotzdem noch drei. Hä? Einer hinter dem Zug. Was hält? Sind die alle in der Richtung da? Nee, verteilt. Nee, ich glaub, im Westen war auch eben was. Einer an der Falle gelegt gerade? Ja, wahrscheinlich da unten unter dem Fenster irgendwo. Immer noch zwei Teams. Die schießen da hinten. Da hinten sind die. Einer tot. Ist das euer Gift, was hier liegt? Ich bin eben aus Versehen in das Gift. Ich glaub, das hat Neff wieder hingelegt. Ah. Einer ist hier unten, ja. Unten war 60. Also mir hat das nix gemacht, weil ich bin ... Wenn er durch den langen Gang kommt, dann rüfte vielleicht in die Trap. Oh, geworfen. Hab ihn. Nice. Aber er hat was geworfen trotzdem noch. Ja, aber er ist auf ihm liegen geblieben. Ich seh noch zwei. Einer unter den Schienen, also unter dem Holzding, und der eine weiter links noch. Ungefähr 210. Oha, Nephi looted den. Ah, da hockt einer. Oh, der hat da hingeaimt. Oh shit, das war Nephis Palle. Ach, Goro. Hoppala. Hockt da einer weiter weg und hat da hingeaimt. Hab ich nicht gesehen. Sollen wir Nephi abbrennen? Sollen wir Nephi abbrennen? Der Pulscht, der kommt. Oh was, ich wollte grad Nephi anzünden. Hab ihn. Hast du ihn wirklich? Ja, müsste es brennen. Da war aber ne Frau, die mich gekillt hat. Das war ne Feles. Hast aber grad wieder einer gestorben, ne? Ja, ich hab einen gekillt, aber... Der da hinten, den du gesehen hast. Goro, der hat mich abgesnipen in das Wax. Da, es ist der letzte bis auf 285, Goro. Sie kommt rein? Sie kommt rein, sie löscht. Wie rein? Wenn sie löscht. Sie steht davor. Goro sieht sie. Trifft aber nicht. Jetzt hat er getroffen. Hinter dem Haus. Ey Goro! Das Ibi so hellige Fest ist aus! Ist im Wasser. Geht da hinten hin. Ja, läuft nach rechts. Ging da einfach fest an dem Holz. An nem runden Holz. Da läuft sie. Hast du gesehen? Links. Ja, dahinter. Back. Dahinter. Hä, jemand hat Nefi gelöscht. Ja, sie mich. Nice Goro. Noch einer. Dann ist er down. Geh fast hin, hast du was? Ja, ein Dynamit. Boah! Ich hab direkt Headshots. Das ist Sparks, ne? Ah ne, war gar kein Headshot. Das war... Die hat keine Bounty. Die weiß nicht, dass du da bist. Er hat doch geschossen, oder? Sie sieht mich ja, wenn sie eh drückt. Ja, aber drückt sie eh. Oh, sie weiß, dass du da bist. Kriegt sie rechts oder links? Links. Rechts. Ah! Schaffst du's zu mir, Goro? Ja, ich versuch's. Weil vielleicht kannst du mich da sogar aufsammeln. Aber sie könnte dann auch aufsammeln. Bogazangi, genau. Da ist sie links. Oh, shit. Das ist ein Medi-Kit, aber du solltest sie nicht nehmen. Nee, die kommt hinterher. Robert Band! Mach die Tür zu. Ne, das schafft er, das schafft er. Wenn die jetzt was wirft... Nicht zu nah, nicht zu nah! Oh! Oh! Wirft was! Jetzt hat's die Bounty. Fand ich okay eigentlich. Die wird den Maid aufgehoben haben auch, oder? Glaub ich nicht. Meinst du? Ja, beide. Einer läuft rechts rum, Goro. Ja. Nice! Der Tod war gut gehittet. Einer rechts, einer links. Die Ränder hat unter uns gelangt. Zumindest hör ich rechts von Goro einen. Hast ich geheilt? Nee, jetzt unter dir, Goro. Wirft was, Käfer? So viele Schritte, die könnten schon wieder zu dritt sein, ey. Hast du die Käfer abgekriegt? Hm, weil ich wollte kurz gucken, ob die da sind. Hast du noch Sekunden? Ja, eine. Unter uns. Also es sind drei, einer ist im Gang. Vorsicht. Ja, im Gang ist getrappt. Wirft was. Pass auf durch das Fenster da, Goro. Geh weg da, Gwenz. Ja, ja, ja. Kann ich. Schaffst du weg? Ja. Nice, die ist reingerannt. Die ist tot. Tot. Zünd sie an, genau. Pass auf, da kommt einer rein, glaube ich, Goro. Ja. Kam direkt von außen durch diese... Sie wird gelöscht. Die sind jetzt im Gang, zwei. In dem Gang bei Goro. In dem Gang hat er gelöscht, ja, genau. Du kannst da jetzt kein Dynamit hinwerfen, das ist Mau. Ich weiß das nicht. Ah, das ist ein Bundle. Ah, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Zumindest war jetzt jeder von denen mal tot. Weil sie ist jetzt in die Falle gerannt, ist jetzt auch mal tot gewesen. Boah. Jetzt machen sie Wallbanks mit, äh, mit der Bounty. Wir sind unten und versuchen sie aufzuhauen. Die wollen aufheben im Gang. Franz? Ja. Geh hin. Oh, 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 oh. Boah. Liegt der innen im Gang und einer rechts vom Gang. Du hast ja keinen Necro, ne? Ja. Ne, leider nicht. Schaff ich's wohl zu denen? Aber die sind gerade alle am Gang. Also eigentlich könnte's einer schaffen. Wenn Goro da jetzt mal hinschießt oder so. Die gehen außenrum gerade. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Kommt ihr wieder rein oder soll ich raus? Pass auf, wir sind Fallen Nefi. Sie wurde hochgeholt? Sie hustet jetzt auch? Okay, aber die haben ja keine Ahnung, dass Nefi da ist. Sind drin? Wo drin? Hier bei mir. Ist nie grad zum Gang Oh Oh shit Klick Hab einen Also drinnen im Haus ist einer Hab einen Dann ist nur noch er drinnen im Haus Er ist der letzte Er läuft hier Ist draußen Nice Hab ihn Sehr gut Nice RNGs hatten wir aber auch zur Seite gestanden Gegen beiden hast du ihn sogar bei seinem Mate gekillt Die liegt auch hier Alter Schwede Ja ist clear Aber er hatte meine Bounden aufgesammelt ne Ja Oh Schöne Runde Schöne Runde Schöne Runde Schöne Runde Puh Ich loote hier die Frau die ich gekillt hab Und die im Gang loot ich Weil ich hab keinen Walcher Außer einer von euch hat Walcher Ich hab Walcher Geiert ruhig Perfekt Oh shit da ist ne Falle Oh das sind die Fallen von nebenhin Ne das sind deren Fallen Ne das ist deren Falle Alles klar Ich bin unschuldig Freunde Ich wollte unten zum Ich wollte unten zum Medikett Jetzt freuen die sich am Spectator und freuen sich toll Ist aber auch sehr dunkel hier unten muss ich sagen Boah hast du die dritte gekillt Ah warte ich kann es sehen Da liegt eine Da liegt Okay Boah ich kann alle anderen Wir können alle anderen auch noch looten Außer die sind schon gelootet Das war aber War aber auch War aber auch War aber auch doof ey Ich wollte hier unten zum Zum Gang Oh Hier sind auch noch Fallen Ich entschärfte ihn mal Eigentlich war da doch nix mehr Ich stand da genau drin Ah warte ich muss selber erstmal Blut umstatten Ich bin an einer Konstantiner auf jeden Fall gestorben Ja ja hab ich gesehen Hier ist ein Medikett falls du brauchst Aber Nö jetzt hab ich hier noch einen Balken Ja pass auf die anderen Fallen auch Können wir nicht irgendwo In der Mitte oder so noch uns eins holen Pass auf Goro hast du die eine Falle hier dann gesehen Ah die hat ne für alle entschärft Ja die hab ich entschärft Ich wollte ihn halt hier hinten looten Es muss drin sein in nem game Looten On Eleven Hier ist die letzte Also ich glaube ich hab mit der Winfield auf jeden Fall genug Schaden gemacht Obwohl ne ich hab eben mit der Achso Ich geh mal die anderen Leichten ab Ob man die noch looten können Ja den den hier den hast du jetzt vor mir gelootet Ach Was ein Noob So ist er Ich hab meine Balken jetzt wieder Wir können noch weitermachen Alles klar Ja ist alle abgefackelt worden hier draußen Achso die letzte hast du die schon gelootet Goro? Achso Ne wo ist die Komm mit hier Ach ja die hat ja das so jungen gemacht Ich zeig's dir Ihr Freunde den konnte ich nochmal looten Ich weiß nicht ob ihr den nochmal so ein Pläckchen mitgenommen Ja Also ein bisschen Die Sparks nehm ich mit Oh hat ne Sparks ja Hier kommt mal hier rüber Hier liegen auch noch zwei die ich nochmal looten konnte Hier Die sollen mal Geld droppen hier Den konnte ich looten Den konnte ich looten Consumables Ja ich hab auch immer noch nicht alle Consumables wieder zurück Den kann man auch looten Ich denk die wurden alle abgebrannt das gesagt Ja zwei die ersten zwei wurden abgefackelt aber hier ich find grad alle die man noch looten kann Die kann man auch looten Die eine hier hat auch nur noch einen Schuss Also die hätte auch nicht mehr viel machen können Die fehlt es ne Die mit ihrer Feuer Sparks Oh hier ist auch ne Sparks Hast du den gelootet Goro? Äh ne ich hab den hier oben jetzt Könnt ihr die auch noch looten? Ach da den ja Also den habt ihr beide gelootet ne? Ja ich hab alle weg gelootet Hier oben ist auch noch gleich einer Goro Oh ne ein bisschen zu hoch Ja den hier ne? Krass dass die nicht gelootet wurden Ja genau Hier gab es auch noch ne Axt Gut die waren halt mitten in der Action wahrscheinlich Und wen kann man noch looten sagst du? Äh den looten, den da looten Und hier hinten Hier liegt auch noch einer Hier unten an der Ecke Ja den haben wir auch schon Und hier liegt auch noch einer Also drei Den haben wir auch schon Okay Also drei Nee ich hab vier gelootet Wen denn noch? Ja den, den, den Ach dahinter Und den Ach dahinten Okay Ich dachte das war Missclick Ich dachte er meinte den hier oben auf dem Berg Ja Den kannst du auch noch Ja aber dann könnte es gut sein Okay es kann natürlich wieder irgendwo ein Duo auch gewesen sein Jetzt habe ich Geld gekriegt For the first time Boah wo gehen wir raus? Moses ne einfach Oder Stanley ne Oh ja 50 Vielleicht kannst du dich dann noch heilen Ja ich wollte gerade sagen Vielleicht kriegen wir unsere Balken wieder Wieso wir? Oder ihr? Ich habe ein Dings mit Das mich eh heilt Und da ist noch ein Turm Vielleicht können wir da auch noch Hattet ihr die Kasse beide geholt? Ich habe die Kasse im Turm geholt Ich habe die nicht geholt Da kamen die Gegner Dann kannst du ja noch hingehen Nö Das wäre aber 200 sind da drin Und dann Hier doch Man kann die Balken wieder holen Perfekt Ja ja hier am Geil Geil gemacht Was? Einer kann noch oder nicht? Oder kann man das unendlich oft? Ne Das kann Ein Spieler Also Je ein Spieler kann Aber Habt ihr Also ich habe gemacht Ich habe auch gemacht Achso Dann kann man aber öfter Ich könnte nämlich auch noch Aber vielleicht kann jeder Spieler einmal Aber das ist doch jeder Spieler Ach doch jeder Spieler Ok Ja da oben sind auf jeden Fall zwei Sachen noch Ich habe den Master Dings mal genommen Weil der gibt auch nochmal 30 Eventpunkte Ach ok nice Hier ist ja nix Hier ist mein Dynamit Irgendwas wird mir hier angezeigt Ach doch hier ist äh Da sind zwei Event Dinger Ja hier oben ist Ammo Und hier ist Experience Oh diesmal weg ich Experience Geil 2k Hast du dir Hast du dir deinen Das letzte Mal doch auch schon Ah ne du kannst ja Nein das andere Mal war Spritzen Aber es ist aber dasselbe Model Nein Das ist ein anderes Symbol Gleich hat er seine Balken doch nicht wieder Nebenfällig gleich seine Balken Da ist noch ein Wagen auf dem Weg Da kannst du dir noch ein Du hattest glaube ich kein Event Perk Oder Guru Nein Kannst du dir holen noch Habt ihr keine frischen Hunter dabei? Nö 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 Wat Ich denk wir starten G&G Oh fuck die Sekunde wie brauchst du die? Äh tot Ok Ich denk wir starten G&G immer mit Mit frischen Huntern Das PDF hab ich nicht bekommen G&G bestimmt Bingo dachte ich Starten wir immer mit frischen Huntern G&G Mach den Streamern Alter Direkt werden die Leute verwöhnt Mit so einer Runde hier War ne gute Runde Mal wieder auf YouTube hochladen Hab ich auch aufgenommen G&G Erste Runde mit dir auf YouTube Oh Dann doch nicht Dann doch nicht Warum auch erste Runde mit mir? Weil du dich immer beschwert hast Wieso kommen die guten Runden eigentlich immer Wenn ich nicht dabei bin Das ist weil du einfach keine guten Runden hast sonst Doch bestimmt Aber ich vergesse immer aufzunehmen Wo ist denn der dumme Wagen? Hier ist einer Ich baller mir jetzt Ausdauer rein Das ist blöd Braucht er eine Armuts noch? Nö Braucht noch zwei Hunde Der Hundi Oh hier gibt's nochmal Experience Oh Ich spreng hier nochmal ein Decken für uns Drei Drei Immolators Brauch ich auch noch Hat was gedroppt Leute Oh Ich komme Was'n? Äh Shadow Echt? Uhhh Am Wagen gibt's Experience Grins Seid ihr enttäuscht wenn's nicht Shadow ist? Ja Nö Es ist nicht Shadow Wenn's Gator lagst dann bin ich enttäuscht Oh er hat gelogen Es ist Beast Face Beast Face Beast Face muss natürlich sein wenn's Grins ist Okay Hätt's ja auch denken können Wenn Goro jetzt nicht hingegangen wäre hätte ich mich aber auch schlecht gefühlt hätte ich gesagt Nobody Experience schon wieder Am Wagen Am Wagen Am Wagen Weißt du wenn ich gesagt hätte Beast Face hab ich schon Dann wäre ich Dann hätte ich Ich hätt's nicht ertragen Ich hätte gesagt nee geh jetzt hin da liegt Shadow Genau Ich hätt's nicht ertragen Ja weil Shadow ist ein gutes Perk Das lässt sie nicht lieben Wartet ihr euch jetzt das Game eigentlich geholt oder nicht? Äh ich hab das auf Epic for free Ja klar geclaimt hab ich's Was für ein Game Das Engler Das Engler Ach das Angelding Ja Ist noch bis morgen glaub ich free Kann man noch claimen Glaube dann muss ich das nochmal claimen Soll ich's noch machen oder wie Das sind 30 Euro Game Klar claimt man das Und wir wollen das Spiel mit GNG Ja das war ja die Frage Ja aber das ist ein eigenes Game Das ist nur Angeln ne? Ja Können wir nicht angeln gehen? Nee ich sag's ja nur nicht Das ist kein GNG von The Hunter oder so Nein das weiß ich Aber das ist von den Machern von The Hunter Ja Und die verstehen ja Handwerk Hand Das könnte dann auch ausfallen ja Jeder darf flagge mit Dingen zu tragen Ich hab Frontiersman Da hast du dann in der Flagge an 4 Schüsse Ja Goro muss immer Frontiersman spielen Weil er ja bei Frontier auch in der Mit Frontiersman hast du auch bei Konstantin in der Poison Traps hast du das Dann hast du die dreimal Das ist auch total frech Ja nice schöne Runde hier zum Start Aufwärmrunde Ich blame mir das jetzt bei Epic Mach das Direkt On the fly Das müssen wir jetzt hier nebenbei schon mal installieren Ne das hab ich nicht gemacht Das sowieso Nicht installieren Das spielen wir gleich Aber bei Epic wenn ich mitbekomme Da gibt's hier so weiß ich nicht So 30, 60 Euro Games teilweise Ey dann klar wird da gekling Ich dachte nicht nein Ich hab auch GTA 5 mittlerweile viermal oder so Das auf sämtlichen Plattformen irgendwie mal free gehabt Muss man wollen Oh jetzt kann ich mich aber nicht mehr an mein Passwort erinnern Passwort Immer mit Google anmelden bei Epic Wir haben nur mit einem Team gekämpft Alter das fühlte sich an wie drei Das war nur ein Team Krass Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal